Hallo und herzlich willkommen zum letzten Workout, zum dritten Workout von der Primer River Challenge in Kombination mit Concept 2, dritten Workout heißt, ihr habt es gerade schon gesehen, Enkel so well, Anker richten, es ist, surprise surprise, wieder Rudern mit dabei und Perfect Clean, was das genau ist, werdet ihr auch gleich nochmal erklären, gut, das Workout geht auf Zeit, sprich 500 Meter Rudern, so schnell wie es geht, dann die Männer, 1250 Kilo, Perfect Clean, also Perfect und Umsetzen, ihr könnt euch selber raussuchen, welches Gewicht ihr haben wollt, wir haben es hier mal kurz zusammengeschrieben, und die Frauen 750 Kilo, wir haben hier kurz zusammengeschrieben, wenn man mit 20 Kilo macht, bei den Frauen, die sind 38 Kilo, bei den Männer 63 Kilo, oder also 35 Kilo, 25 Kilo die Frauen, die Männer bis 42 Kilo machen, und so weiter, und so weiter, ich denke 50 Kilo, das ist ein ganz gutes Gesicht, das ist ein ganz gutes Gesicht, das ist ein Männer 25 Mal Perfect Clean machen, wie gesagt, wie ihr das aufhebt, das zeige ich euch mal. Gut, Rudern, ich denke es ist klar, es ist vollkommen egal, ob ihr jetzt einstellt, 500 Meter und dann Rudern nach hinten, oder ihr fahrt ein bei Rudern, und dann direkt weiter und Burpee Clean, Burpee Clean heißt, geh an die Stange, nach hinten, und dann drüben, Brustbewegung, die Stange, zurück, Knie. Das ist ein Burpee Clean. Wichtig dabei ist, ihr dürft auch, wenn ihr wollt, von hier, Sport Knie geben, kein Problem. Auch dürft ihr, die Knie hier unten, wo ihr wollt, richtig ist, der Standard ist, die Brust, muss die Stange bündeln. Die Brust muss hier die Stange bündeln. Hier hoch, und dann beim Klieben, hier nach oben, die Ellenbogen drüben. Ganz richtig. Das hier, zählt nicht, von hier, durch. Schnelles, wunderschönes Kabel. Ich denke, ihr werdet ihr viel Spaß damit haben, und wir freuen uns auf eure Zeit. Und Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.